So, ja, da bin ich wieder und jetzt habe ich das mal so ein bisschen gemeistert und erst mal herzlich willkommen zu einer neuen Runde von Mario Kart DS. Ja, ich habe es ja geschafft jetzt. Habe es sogar auf Deutsch gekriegt, das Spiel. Habe es umgestellt. Und weiter geht's. Ich bin jetzt Erster. Ja. Ja, 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 ja. Ne Bananencup Arang geht kann man machen. und, ja machen wir mal weiter der Blood Cup ist jetzt im Reto GP dieser Klasse anwählbar das kann ich jetzt vorlesen ist ja auch in Deutsch machen wir den einfach mal und ja dann wählen wir den mal aus und ich fahre wieder mit Mario so machen wir den Blood Cup mal Kuba Strand 2 mal sehen wie der wird eigentlich heißt der ja anders in der SNES Version eigentlich schon naja fängt ja wieder super an hier können kotzen vor Freude 5 da das läuft ja wieder super also mal warten das ist ja 100er da kann man schon anders erwarten ein bisschen abkürzen kann man ja auch alles kein Problem hier sollte man ist schon nicht verkehrt hat ich ja so knapp an dem vorbeigeballert fährt sehen wie der Platts wir kommen schon na jetzt weiter geht noch heißt nicht dass ich verliere Schokosumpf Kriegt man ja Hunger Klar kriegen alle einen Superstart Läuft bei denen Läuft bei denen auf jeden Fall Ja natürlich Hallo Peach, tschüss Peach Hier hat ja auch nicht so viel gebracht Ja Alter wie soll ich das denn sehen Das ist doch blöd Ja Alter Wir holten mich doch noch mal 10 mal Das ist doch krank Das geht doch nicht Leute Ja Dritter Na gut Zweiter rum Besser wird es dadurch auch nicht Besser wird es dadurch auch nicht Naja Naja Alter Dieser Hau ab Du bist zwar mein Bruder Aber lass mich in Ruhe Alter Wieso hat der mich nicht getroffen Alter Der fühlt sich jetzt auch ganz sicher Naja 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 Oh komm 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 Wieso ich Mann! So was bescheuertes. Mojis piste, ja. Da piste platt, ne? Hahahaha! Ne, ich muss ne Witze. Alter! Klop mir noch mal die Items. Siebter läuft bei mir. Natürlich ist Luigi wieder Erster, ne? Es gibt ja immer... ...NPCs, die supported werden immer. Von Anfang an. Jetzt ist es Luigi, der supported wird. Das hab ich so mitgekriegt. Die immer Anfangs Erster werden, oder Zweiter, die werden immer supported. Mmmh. Alter! Was geht mit euch nicht? Kann doch nicht wahr sein. Alter, ich muss das nochmal machen, ey. Das seh ich schon kommen! Was ist doch behindert hier. Das ist doch dem nicht hier. Kann ich wahr sein. Mmmh. Der Dritter, ey. Ja, Alter! Was geht? Kann man hier nicht mal... Wieso?! Ich bin dazwischen! Scheiß Spiel, ey! Das Spiel schiedet selber. Mann. Kann ich sagen. Alter. Ich muss den Scheiß nochmal machen. Ja, natürlich. Mann, ey. Kann noch nie angehen. Ich bin so schlecht hier gerade. Das ist doch dämlich. Ich versuche das. Ich versuche das gleich nochmal. Und wenn nicht, mal das wieder aufscreen. Das ist mir zu blöd. Ja, Fünfter. Deine Mutter, ey. Kann auch nie angehen hier. Das war wie nie im Leben, ja. Nie im Leben. Nie im Leben, schade ich da. Die haben den Bus, die haben den Bus geschrottet. Das ist ja krass. Das habe ich auch noch nie gesehen. Haben die einfach den Bus geschrottet. Die hatten bestimmt keinen Fahrschein. Dass sich diese alten Boxen rumfliegen einfach. Ich habe den Donkey Kong trotzdem noch getroffen. Das war ja geil. Das war ja mega. Und trotzdem darf ich mich nicht in Sicherheit wiegen, weil es könnte immer noch ein Starry kommen oder sonst irgendwas passieren. Weil wir kaiten das Spiel so gut. Mittlerweile. Ich habe nach hinten gedrückt, aber lassen das. Und ich erwischt er mich nicht noch mehr. Das wäre mega behindert. Ich stelle mich ganz gut an. Da war ja so ein bisschen. Ich mache den Starrykumpiders mal. Ich bin mega angespannt gerade. Aber ich habe gewonnen. Wenigstens in einer Runde bin ich mein erster gewesen. Alter, so ich ja 36 Punkte. Alter, das kann ich nie im Leben mehr schaffen. Vielleicht, wenn ich den Soden gewinne. Aber das glaube ich eher weniger. Das glaube ich eher weniger. Nö. Schon vorbei. Mache ich das nochmal und dann... Mal schauen. Mir ist das nicht demotiviert oder so, aber... Äh... Das ist... Boah. Alter. Kubaschram. Ja, kennen wir ja. Haben wir kennen und lieben gelernt. Ich mache das nachher aufs Game nochmal, falls ich das jetzt nicht schaffen sollte. Und dann sehen wir uns im nächsten Part, dann... Im nächsten Krab. Vielleicht muss ich auch irgendwann mal gebacken kriegen hier. Bin zwar kein Bäcker, aber... Naja. Ich schnapp da mal ein Item weg hier. Dann ist jemand anderes, der kriegt. Jetzt bin ich nicht erster. Jetzt aber. Stachy darf jetzt nicht kommen. Oder doch, oder nicht, oder doch, oder nicht, oder doch, oder nicht, oder doch, oder nicht, oder doch. Oder doch. Oder doch. Und der Mario wird ja supported. Mhm. Der Mario war im letzten Rennen ja auch schon mein Gegner. Sag ich mal. Wo ich das auch screen gespielt habe. Und... Oh, ich habe aber gewonnen. Cool. Ja, weil er im letzten Rennen auch mein Gegner. Und, äh... Der wurde auch supported. Ich hoffe, dass das mit dem nicht allzu schwierig wird. Das können wir das auch locker von der Bühne kriegen hier. Mal schauen. Mhm. Ja, super stark. Ich wollte nur super stark kriegen. Deswegen habe ich nicht gesagt. War konzentrationsmäßig und so. Ich muss ja nämlich hören, wie er da startet und so. Und wie ist das ein wenig zu machen. Die konnten der Banane ausgehen nicht. Weil der Decay immer was gelbes hinten dran hat. Das hört sich zwar falsch an, aber... Weil der was gelbes dran hat, denke ich mir, der hat eine Banane hinten. Deswegen fahre ich ungerne hinter ihm. Weil... So als Schutzreaktion, sag ich mal. Was er wirklich mal eine Banane abwirft oder so. Bei dem weiß man ja nie. Hey, hey, hey. Mir fliegen die Dingern um die Ohren hier. So, ich muss das wollen. Der Ritter. Ja, er war jetzt der Erster. So, ach, tot verpiss dich. Ich brauche niemanden. Der hat eine Banane, um mir aufpassen. Ich auch. Ja. Ja, eine Banane sollte man abwerfen, wenn man... Wenn die kurz hinter einem sind. Dann hat man eine gute Chance, die mit einer Banane auch zu treffen. Das ist sehr gut. Genauso ist es mit Panzern. Mist. Mist, 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 Mist. Mist, 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 Mist. Mist, 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 Mist. Uhhh. So kann man es auf jeden Fall auch machen. Die Banane war mies. Nicht die, die ich geworfen habe, sondern die da lag. Die, äh... Vollidiot! Die Banane, bitte! Oder ein Panzer, je nachdem. Eine kriege ich... Komm mal kurz hinter mir. Dann kann ich dich ownen! Oder auch nicht! Das hat mir nichts gebracht, Junge, der Stachy! Hier ist ein Mittelfinger, Alter! Ein Mittelfinger, wenn du den siehst, ne? Alter, Saftarsch! So... Hier ist ein Erster! Das ist sehr gut! Sieht sehr gut aus! Bisher! Oh, ja! Und... Super stark! Wenn der Wario abgeht da, ne? Junge! Deine Mutter, ey! Das war jetzt blöd ein bisschen, aber... Oh! Wieso stell ich mich so bescheuert an? Ich hasse diese Strecke eigentlich! Diese scheiß Pfützen und alles, das ist so ekelhaft einfach! Die Würzen sind wie die Ölflecken im Super Mario Kart, weißt du? Die sind genauso behindert! Irgendwie ironisch, dass Donkey Kong gerade auf einer Banane ausgerutscht ist! Ja! Nein! Boah! Gerade so ungekriegt! Trotzdem sieht das echt scheiße aus hier! Krümpfter ist nicht gerade ne gute Platzierung! Ja! Ja! Jetzt verbliefe ich noch meine Pilze! Natürlich! Aber nicht! Warum sollt ihr auch nicht meine Pilze verlieren, ne? Und warum soll ich kein... überhaupt ein Item kriegen? Warum auch? Brauche ich nicht! Items verliere ich doch eh wieder! Wer wird da? Wer ist ein erster Toad? Das wäre eigentlich gar nicht so schlimm, wenn Toad erster werden würde! Dann muss Frau Luigi kommen! Äh, war jemand! Das er noch schafft, das wäre ein Wunder! Komm schon! Komm, komm, komm! Was? Der ist schon wieder erster? Oh, Mist! Äh, noch bin ich erster! Noch! Noch! Wird ein knappes Match hier! Wird ein knappes Match! Sehr knappes! Ja, klau... Alter, die klauen mir alle die... Wie geil soll das denn aus gerade? Der voller Über... Toad hat voll den Überstunt gemacht! Eieieiei! An der Runde war ich ja erster! Mist! Ja, lenkt mir doch mal ein Auto rein! Wie der Schwast, wie der... Lenkt er mich ins Auge? Das ist umfassbar! Ah! Das ist umfassbar! Die machen aber auch Unfälle irgendwie, ne? Mit den Auge! Ja, ja! So wie es aussieht schon! Das ist die Runde eigentlich ganz gut! Na gut, dass der vor ein Item kam, das war nämlich gar nicht mal so übel. Das interessiert mich, glaube ich, ein bisschen weniger hier, dass er hier eine Scheiße gebaut hat. Nein, nein, ich habe den nicht erwischt. Müssen die nicht eigentlich in die Polizei kommen, weil ich habe gerade ein Panzer auf ein Auge geschossen, ich meine... Ja, natürlich. Ich habe nur Erster. Zum Glück bin ich nur Erster. Ich könnte das hier noch reißen. Zwar ganz knapp, aber ich könnte es reißen. Genau. Ich muss ja noch mal spielen. Schön. Das ist so super. Naja, B-Platz geht auch. B wie bescheuert, passt zu mir. Mh, machen wir jetzt mal weiter. Der Blitz Cup ist jetzt im Retro GP dieser Klasse anwählbar. Und das, meine Freunde, machen wir im nächsten Part. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr einen Daumen nach oben da lassen. Wenn ihr nichts mehr verpasst wollt, könnt ihr mich abonnieren und sonst würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und ciao.